Er bringt ein rotes Harz hervor, das Verbrennungen, Wunden, Durchfall und innere Geschwüre heilt. Es fördert das Nachwachsen des Gewebes. Jorge spricht und Jim übersetzt für uns. Jorge ist schmal, drahtig und lebhaft, in seinem Gebiss blitzengoldenen Zähne. Sein weiches Haar fällt lockig auf die Schultern und er sieht wirklich nicht wie 71 aus. Und diese halb Meter hohe Pflanze? Ihr Name ist Oche, übersetzt Jim. Dabei handelt es sich um eine Ficus-Art, aus deren Kautschuk man eine Medizin machen kann, die sechs Arten von Darmparasiten tötet. Diese dünne Schlingpflanze heißt Katzenklaue. Niederländische Wissenschaftler untersuchen gerade ihre Fähigkeit, das Immunsystem von HIV-Patienten aufzubauen, fügt Jim hinzu. Aus der Rinde des Hierba Santa gewinnen die Leute hier eine Medizin, mit der man missgebildete Föten abtreibt. Jorge führt uns einen schmalen Pfad entlang und stellt uns die Pflanzen vor wie alte Freunde. Wir sind hier nicht im Regenwald, sondern am Rand des Reservats. Und obwohl hier lauter Regenwaldpflanzen wachsen und das Ganze aussieht wie junger Wald, ist es Jorge's Chakara, auf Brachland angelegt. Eine Mischung aus Urwald und Garten. Die Zeder ist ein wichtiger Holzbaum. Man kann Möbel daraus machen. Aho Satcha ist ein Busch, aus dem man einen Tee gewinnt, der nach Knoblauch schmeckt, Fieber senkt und Erkältungen heilt. Aus Kaschapona, einer Palme mit Luftwurzeln, kann man den Zaun für sein Haus machen. Aber sie sind auch noch zu etwas anderem gut. Man kann sie nutzen, um den Penis zu verlängern. Wie das funktioniert? Zuerst muss man natürlich die Dornen abschaben. Dann wird die Rinde eine Viertelstunde lang auf den Penis gelegt. Das muss man drei Nächte hintereinander machen, und zwar bei Neumond. Warum? Weil bei Neumond die Dinge in die Länge wachsen und bei Vollmond in die Breite.